Hallo Leute, ich bin Manni und ich bin hier, Busfahrer. Manni, was machst du da? Was mache ich? Wir haben einen neuen Trainer. Schon vergessen? Den Andres. Und ich muss ganz genau so meinen Platz kämpfen wie du. Ich will Busfahrer bleiben beim VfL. Ist doch logisch. Ja, aber warum willst du dich denn so beweisen? Weil es hier um alles geht. Pass auf, wir machen kleine Competition. Wir machen die Manni-Challenge. Bist du bereit? Ja, machen wir. Auf jetzt, komm. Ich erkläre dir nochmal die Manni-Challenge. Fußballspielen, vielleicht schon mal gehört, Paul. Playstation und Busfahren. Alles klar? Ja, okay. Bei Fußballspielen bin ich dabei, ist kein Problem. Aber das andere kann wir anders machen. So machen wir das. Übrigens, was ist das? Was ist das? Geile Schuhe. Nee, ich bin in Papagei getreten. Komm. Warte. Nicht so schnell. Moment mal, Jörg. Ich komm ja schon. Wo ist er denn? Schon da. Verdammt nochmal. Lach am Ball. Komm ein Stück näher. Paule, komm ein Stück näher. Okay, bist du bereit? Ja, los. Guck mal, Paul, Flieger. Ja, der Trick, wa? Wo bist du denn? Hier bin ich, Manni. Ach, da bist du. Hallo. Ja, der war nicht schlecht auf jeden Fall. Ja, nee. Deiner war besser. So, aber jetzt ist Schluss. Komm, noch eine. Auf geht's. Und los. Egal, Egal. Muss ich abkönnen, muss ich abkönnen. Ich krieg auch manchmal den Blinker vom Kopf. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. So, jetzt aber. Da ist er. Na, hab ich. Na. So, pass auf. Guck dir das an. Hier. Vorführeffekt. Hey, wo bist du? Hart. Vor aller Pfosten. Hab ich gewonnen? Nee, steht 3-0 für mich in der Fußball-Challenge und ich muss noch ein bisschen üben. Mann, 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 du. Das ist, wenn du die falschen Stollen drunter hast und der Platz so tief ist. Da kann man auch schon mal eine Niederlage kassieren, aber... Nee, ich werd verrückt. Der Salzohr, Junge. Hallöchen. Jetzt mal so eine kleine Playstation-Runde gegen dich, wa? FIFA 17. Ich mein, ich brauch ein bisschen positive Motivation, ne. Habt ihr Lust, aber das kann ich, du. Das kann ich, Mann, Mann. Sollen wir? Bin mal gespannt. Auf geht's. Ja, du bist ganz schön braun. Warst du mal an der Sonne? Ja, hey. Man spielt immer nur draußen, FIFA, weißt du? Klar. Ich zieg dich ab, du Kreisliga-Konsolen-Kicker. Kreisliga? Bisschen besser bin ich schon, mein Lieber. Wo bist du denn? Ja, sagen wir mal Top 8 Europa. Jetzt hat der Grüne den Ball, das bist du... Nee, 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 nee. Das war doch ein Faulspiel, war das doch, ey, Salzohr, ehrlich, du. Wie hast du angefangen damit? ja man spielt im prinzip viel hobby mäßig angefangen zu spielen und dann im laufe der zeit hat immer besser geworden und dann kam auch schon die ersten meistertitel hast du gemerkt hast du ja nicht mitgekriegt war habe ich taktisch abgelenkt jetzt ist er vom strafraum schussmöglichkeit für den vfl wolfsburg aber die wolfsburger verteidigen jetzt muss ich jetzt muss jetzt kommt gleich die flache hat er mir den ball weggenommen du das ist man hat doch das gefühl du hättest schon mal gemacht jetzt hier noch dahin du mann ey was ist das für ein torwart du das ist ich habe übrigens gerade ausgewechselt benalio raus reiner kalm und rein was verdient man da so im monat 2,5 millionen oder was kriegst du mindestens nein 5 zu 0 was ist denn da los was kannst du eigentlich sag mal freundchen jetzt hört auf mich hier hinzustellen als wenn ich ja nix drauf hätte pass mal auf jetzt zeige ich dir mal mein junge was hier mein beritt ist so freunde das ist mein mädchen weißt du was zählt ist nicht auf dem platz sondern auf dem asphalt im bus auf jeder der peter so leute lenkrad ist schon da aufjetet mit manni rein ins kinderkarussell so freunde ich sag mal so habt ihr gesehen wie das geht ja manni du kannst ja doch was entschuldige bitte was hat's denn du gedacht wenn du immer nur im kreis fährst so kommen wir doch nie an pass mal auf ich sag euch mal eins ihr zwei wenn ihr hier meint ihr könnt laut machen ja habt ihr recht ich muss noch ein bisschen üben du mach mal so ein bisschen den fingerzocker und du bist mal kopfballer paule alles klar also tschüss macht's gut platz da mannikon schwupp ja 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 ja